Wenn man schön eingerichtet ist, kommt man einfach lieber nach Hause. Und dieser Meinung bin nicht nur ich. Wer sich im Einrichtungshaus bereits pudelwohl fühlt, ist Verena Auersberg-Rotterdam. Man kann drinnen liegen wie im Bett eigentlich und in den Fernseher schauen und sich relaxen. Geht's uns gut? Geht's uns gut? Doch während sich Verena noch weiter entspannt, interessiert mich vielmehr, was das Domizil so einmalig macht. Jedes Möbel und Accessoire und Stoff, was Sie bei uns sehen, wird extra für Domizil designt. Das heißt, wir haben nichts von der Stange. Jedes Stück wird von unseren Designern nach unseren Vorgaben erstellt. Von dieser Einzigartigkeit ist auch Society Lady Christine Lugner begeistert. Diese Decke hat mir gleich von Beginn an so gut gefällt. Das passt so zu mir. Weil sie ist nämlich auch so unscheinbar und so unauffällig. Und auch die Farbe ist, finde ich, so unauffällig und so understatement. Das passt doch voll zu mir, nicht? Ich meine... Ob das wirklich der Grund dafür ist? Ich hingegen sehe da eine ganz andere Verbindung. Die Decke hat irgendwie die Ähnlichkeit mit deiner Frisur. Das lässt Christine Lugner natürlich nicht auf sich sitzen und holt zum Seitenheb aus. Andrea Buday zum Beispiel würde sich daraus einen Mantel machen zum Beispiel. Also ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich das als Decke haben könnte. Zurück zum Thema. Ganz besonders am Domizil ist, dass man sich seinem Traum von Eigenheim von einem professionellen Innenarchitekten verwirklichen lassen kann. Wir richten mit sehr viel Gefühl, ganz liebevoll, in einem Mix von Stoffen, Texturen, Farben, wunderschöne Wohnungen ein. Zimmer, Hotels, Gastronomie. Besonders groß wird hier auch die Qualität geschrieben. Unser Firmengründer hat auf unsere Feste einmal gemeint, der einzige Fehler wäre, dass unsere Möbel so gut wären, dass wir sie immer nur einmal verkaufen. Trotzdem dürfte es dem 30-jährigen Unternehmen an nichts fehlen. Wir haben heute rund 290 Verkaufsstellen weltweit, von Japan über Australien, USA. Das erklärt auch die Vielfalt an unterschiedlichen Stilen, die das Domizil anbietet. Christine findet in unseren Einrichtungshäusern erstmal im Grunde zehn Einrichtungsstile. Das sind alles etwa mediterrane Stile, die durchaus modern ausgelegt werden, traditionell italienisch, französischer, mediterraner Stil. Darunter können Sie sich ja ganz viel vorstellen. Eins haben sie alle gemeinsam, sind gefühlvoll, sind exklusiv und sind im Grunde sehr emotional gelagert und sind typisch zugeschnitten. Qualität hat eben seinen Preis. Doch sind diese exquisiten Stücke eigentlich leistbar? Für viele Leute sicher und für viele sicher nicht. Man kann ja sparen. Es gibt ja auch Weihnachten und einen Geburtstag. Ja, und wem den ihr kennen sollt, der es mir schenkt. Ich gehe jetzt. Das war mein Stichwort. Und bevor ich zur Kasse gebeten werde, mache ich es mir lieber selber noch einmal ordentlich gemütlich.